Tor! Oh nein! 3-1! Oh mein Gott! Yo, Freunde! Was geht ab? Ich bin Lukas. Und ich bin Lars. Heute sind wir alleine auf dem Fußballplatz. Oder etwa doch. Die Gang, die Gang, die Gang, die Gang, die Gang, die Gang, die Gang! Freunde, fast die ganze Gang ist auf uns. Mach mal Lars! Das heißt, die Gang, die Gang! Jeder stellt sich einmal kurz mit einem Satz vor. Hallo! Was glaubt? Vermittler des Vertrauens hier. Humleos non pradu, Freunde! Brahe, bist du ja, ich komme, Bruder. Ich will Humleos! Dann fangen wir heute an. Es gibt die XXL! Wolle Challenge! Heute wird alles auf Wolle genommen. Wer nicht trifft, ist raus. Wie wir das damals mit dem Elfmeterschießen gemacht haben. Das heißt, wahrscheinlich im ersten Durchgang fliegen wir alle raus. Wenn wir die Heiler gewinnen. Lass einen Daumen hoch da für die ganzen Jungs. Und ein kostenloses Abo auf unseren Nacken. Auf den Nacken! Auf den Nacken, Freunde! Und let's go! So fangen wir an, Freunde. Im ersten Durchgänge der ersten Runde. One Touch, Freunde. Der Ball kommt und direkt. Man sieht, ob überhaupt einer das Tor trifft. Ihr wisst, wir sind die Wolle Kings. Ich bin der Offizielle. Der angebliche, aber wir sind wirklich alle. Mit 8 Leuten schick ich euch Schuck. Nee, mit 7. Das kann eine Weile dauern, Freunde. Wir sehen uns nach der Werbepause. Action! I will destroy him. Watch! Yeah! Erster Ball ist weg! Freunde, der arme Passi wird jetzt auf Volley genommen. Nicht darauf. No! Freunde, der arme Passi wird jetzt auf Volley genommen. Ja! Bye-bye! Aber man erkennt das Volley Kingman. Freunde, ich sag euch ehrlich. Mit einem Treffer gewinnt man hier die erste Runde. No! Jetzt alle verkack ich jetzt, ne? Bruder, der Passi wird jetzt hops genommen. Bye, have a great time! Hopp! Jan war früher Profi. Der hat bei FC Diabacke gespielt. Lass den Like da. Boah, da ist ein anderes Universum dabei. Es sind einfach 8 Leute. Das heißt, es gibt 7 Klatschen heute. Sonst siehst du dein Endeffekt. Komm, komm. Komm, in die Mitte. So ein Schiff. So ein Schiff. Na Bucky. Oh! 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 Okay, Nummer 9! Neue Runde! Neue Runde! Wie auf der Körpers! Alle haben den Recall geschafft! Das war abzusehen, Freunde! Man kann nur sagen, YouTube's bester Fußball-Kanal. Man sieht... Round 2! Fight! Werden wir Tore sehen? Nope! Und die Jubiläumacht-Arbeiter wohl eingefangen hat. Freunde, jetzt aber wie Zidane damals gegen Leverkusen. Ins Grüne! Oh mein Gott! 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 Die erste Parade von Pasi Götz! Das ist ja da, Alter. Deswegen ist Pasi YouTubes bester Torwart. Heute lang kein Fußball mehr gespielt, ja? Warum, Alter? Wir spielen jede Woche, Alter. Ich sag gar nix. Stopper! Der war so auf Safety! Wer ist für Beshitas? Wer gegen Gala gewinnt? Wer ist für diesen Bauch? Runde Nummer 3, Freunde! Wer als erstes trifft, gewinnt. Und nicht wer verschießt es raus. Im Intro haben wir noch gesagt, wer verschießt es raus. Wer trifft, kommt weiter. Wer trifft, zieht weiter eine Runde. So funktioniert es. Ja, aber der war auch so kurz. Ich glaub, hier zu treffen ist heute unmöglich. Einer hat auf jeden Fall Auge auf diese Challenge. Das ist gescheatet. Ja! Okay, Freunde. Ein Tor erreicht. Ein dreckiges Tor. Ist egal wie. Genau. Nicht überzeugen. Jetzt ist Bon's MC. Ich mach das jetzt hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich mach den jetzt ganz dreckig rein wie Lionel Messi. Kann man das nicht einfach die Unglücksfußball-Challenge nennen? Was ist hier los, Freunde? Das war der Zwanzigste schon. Vierte Runde. Noch kein Tor. Alle guten Regen sind vier, wie man sagt. Enough is enough! Wir sind fast Blue! Wir sind fast Blue! Moin! Oh! 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 E-Y-Y! Oh! Ja! 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 Im fünften Durchgang müssen wir das entscheiden. Äh, die Fünf, das ist die Zahl. So viel Finger hat man auch. Der geht wieder rüber. Oh! Oh! Ich will hole jetzt 1. Ball auf. So. Wenn ich jetzt mich treffe, dann höre ich glaub ich auf mit Fußball. Dann war's das. Wow! Nope! Waaaah! Endlich ist es so weit. Lauro hört auf mit Fußball. Mach Allah! Der Lauro, der kann gar nicht mit Fußball aufhören, weil er nie angefangen hat. Enough is enough. Ich rette jetzt die Ehre. Pass mal auf. War doch klar, dass das durch eine Pass-Aktion ein Ziel wird. Moment, Moment, Moment. Nein, Eli kann. Nein, Eli. Bruder, du schaffst das schon. Nicht. Oh, Alter. Ich krieg die beiden nicht. In der fünften Runde. Der Vermittler ihres Unvertrauens. Mit dem dreckigsten Tor überhaupt. Jetzt können wir in Runde 2 gehen. Jetzt haben wir 2 Touches. Vielleicht ist es einfacher. Und wie fühlt es sich so als Sieger? Ganz gute Macht. Runde Nummer 2. Hey, betet jetzt, dass mehr Tore fallen. Lass ein Like dafür mehr Tore. Wirst du ein wenig Auge machen? Dann passen ja noch mehr Tore. Gibt es ja nicht. Eins. Oh. Jetzt wird es einfacher, Freunde. Leider wollte sich für umleben. Man kennt's. Bruh. Oh. 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 Au revoir. Bye. Have a great time. Eli hat 3 Bäume gefällt mit seinem Schuss, Alter. Was sagst du denn, Bruder? Australisch. Das könnte hat in der Grundschule einen Ball gegen Hinterkopf bekommen. Was hat das denn, Digga? Ja, das ist ja gar nichts. Eine für Passi mit. Eine für Loko. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stoppel Latze. Hey, wer da reingegangen, ich schwöre dir. Das ist der Instant Win. Wer da reingegangen, das wäre ein Instant Win. Oh mein Gott. Ja, aber 2 Touches locker. Da geht jeder bei rein, Mann. Oh. 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 Wir haben der Ballen, Mann. Hey, mich habt ihr vergessen. Mich habt ihr vergessen. Ich könnt ihr vergessen. Boah, das war 3 Touch. Das waren 3 Ballkontakte. 2 Touch geht jeder rein, Lauro. Ja, aber 2 Touches locker, da geht jeder bei rein. Oh, Lauro. Oh, da wird's uns aber ganz schön gefährlich. Ist doch easy. Wir 3 jetzt noch. Oh, die 3 von der Tanke. Oh, die 3 von der Tanke. Die Milchschnitte. Muss los. Ja. Ja, von Elfmeter trifft er dich schon das Tor. Das heißt noch nix, Freunde. Weil die anderen beiden müssen auch erst mal treffen. Oh, pass die. 5 Euro kriegst du später. Oh. Was ein Ding. Das ist einfach Ruhe, Gewalt von René Adler. Der ist ja durch, der Junge. Wir machen das doch eh. Wir machen das Ding noch spannend hier. Easy. Cheap. Arbeitssieg von Can. Stark gemacht. Das ging definitiv schneller. Und jetzt in die letzte entscheidende Runde. Infinity Touches. Oh. The Infinity Stone. Oh, sein Erster Tor. Finally. Und dann kommt er wieder rein. Oh. Echt. Druck ist unnormal da. Jetzt war evil Humley getroffen. Oh. Oh. Cool. Oh. 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 Ein Treffer. Oh. Wir sind weiter, Freunde. Auf geht's in Runde 2. Wer holt sich das? Oh. 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 Oh you. Ja, Finale. Es ist ein Familienduell. Unter den Hommelais ist so das Ganze jetzt ausgerichtet. Der ist so dreckig. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Das war die Volley-Challenge mit super vielen Toren. Next Level. Die Gang, die Gang. Danke an alle Jungs. Schickt die Gang in die Kommentare. Sind alle unten verlinkt. Schreibt Lauro ganz, ganz, ganz unten. Ganz unten, Freunde. Ich hab heute Hammer-Tore gemacht. Lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und Peace!